wie ein mann muss so heißen wie ein taifun das falsch heißt wie ein zeit gut die seite des mordes und die paletten also bin ich dumm da so ich bin einfach dämlich okay habe ich es gesagt was ich bin in dem apokalyptischen infernalsten feuerbrandtodeschase des zorigen heulenfeuers ich muss das erst mal verarbeiten jetzt das ist das schönste geschenk dass ich jemals erhalten habe ich muss mal ganz kurz meine cam reparieren kleinen moment mach mal was gibt es neues bei euch ich habe gerade das schönste spiel des jahres bis auch dark and darker nein ich spiele dbd gegen boba zählst du auch noch mal der vordrissberg ist dark and darker ich habe mich ganz einfach und das nächste dicht ist hat sich mein chat auch schon gefragt ja ich meine das wäre voll sein glaube ich schon hart mein kraftig aus irgendwie nein betroten also wirklich betroten tank 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 das ist immer sein dass ein fenster du hast ja genau noch mal noch eine runde und wenn du wenn er sich bitte aber wo ist ja wohl alle wird der zweitbeste spieler in der runde wie er damit lassen wollte und du ihn einfach abgefuckt hast du wollte sagen dass du eigentlich doch der beste wirst du bist weil du besser wird sich aber ich war es mal immer getan warum macht ich weiß auch nicht warum ich die ganze zeit chase da ist also irgendwann ist auch weil er mich liebt und weiß dass ich das brauche ist das nett von ihm das habe ich gebraucht das habe ich erst tagelang gewollt auch fertig dann gehe ich gleich noch mal für den tank ja ich habe kein süß und adrenalin haupt wäre jetzt doch das süßigste aber wenn ich jetzt andere hätte wäre vorbei wo bist du gerade ich habe verkackt ich habe verkackt ich stelle schon auf den ausgangsparten verkackt sonst stehe ich hier umsonst rum ich habe schon verkackt ich nehme jetzt meine toolbox ich nehme jetzt mein super ja aber ich will das exit gate am ende aufmachen ja ich habe verkackt deswegen nehme ich gerade meine toolbox ist gut ja dann kannst du ja dann bist du hast kein dead heart ready oder und es geht nur los oh ja aber wirklich andere hope wäre jetzt das andere level du hast kein adro oh ja oh ja 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 ich sag ja nicht andere hope wäre jetzt das andere also hätte ich jetzt das richtige bild dabei oh der wird die sieht also wirklich immer die sie pass auf man kann das ungefähr so ausrechnen wenn ich in der lobby bei meinem loadout auf zwei gedrückt hätte wäre die gleichung dass er jetzt die sieht wäre nur weil ich auf zwei ja das stimmt das stimmt der fels kann ja 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 neben dem anderen exit der recht in seinem gesicht hat das schaffe ich ja in die oder ist die säge alles hat ja klar aber das ist total total war ja aber ich habe ja 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 wenn er wegkommt wenn er wegkommt ja wenn du jetzt nicht da umgehen ich werde nicht da umgehen ich bin da 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 krabbel mal lieber mit der richtung ausgabe und er muss beide einfach tank damit er nicht so weit kann denkt einfach ja 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 ich gehe zum schenk und ich habe einen chase ich bleibe hängen ja natürlich der will ja nicht ist dem doch scheißegal was da oder macht oh mein gott ich hab hier ein Aber solange ich noch hänge, geht der Timer langsamer. Von daher ist ja eh gut. Boah, hätten wir 99% Gates, dann wären wir jetzt gerockt. Boah, er hat mich gerochen. Er hat mich gerochen. Das ist wirklich schlecht. Dann geh einfach mal da. Dann müssen wir das irgendwie spielen. Ist der Keller da? Ähm, ne. Aber ihr könnt tanken. Obwohl, ne, der ein Agitation Iron Grass. Wir haben wahrscheinlich auch Matt geritten. Hat einer von euch gerade getankt? Nein. Boah, er hat einfach blatt worden. Ey, der hat mich übrigens gerade voll geredet. Der wusste ganz genau, was ich tue. Ich snuff mal ganz kurz in seinen Ass. Mhm. Da hinter dir ist einer. Bro. Pumba, guck mal hinter dich. Guck mal hinter dich. Hallo, dein Busch. Dein Busch. Da, im Busch, hinter dir. Pass auf. Ihr tut so, als wenn ihr mich... Hör zu, hör zu. Ihr geht an mich. Hör mal zu. Ihr geht an mich. Holt mich runter. Ob der eine Chance da losgeht. Weil er mit euch umsägen will. Dann rennt ihr aber weg. Und dann, in cool, dann holt ihr mich runter. Let's go. Ja, ihr so will. Ihr niemanden baiten. Ihr müsst länger dranbleiben. Dass er so lossägt. Genau. Und jetzt. Ja, ja, warte. Warte, 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 warte. Dann die Palette. Aber ich versuch's zumindest. Der wird mich direkt aufheben. Nein. Also. Klasse. Schade. Ich bin leider dort. Glaub ja. Kann dann gehen. Kassi, weil du bist für das höhere Wohl aller Spieler gestorben. Ja. Sagen wir's doch, wie es ist. Oder nicht. Für das höhere Wohl aller. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Du weißt, ne? Ja, Papu, du bist jetzt auch noch. Na ja, gut. Hm. 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 Ja, tja, tja. Hm. Kommst du? Ich bin aufm Weg, ja. Leider keine 4%. Ach, das ist ja schon wieder der Moment. Okay. Das ist ganz so. Ja. Ich töte mich auch, dass er keinen Grund hat, hier zu bleiben, dass er Vater will. Oh mein. Du bist so breit, schade. Ja, ich bin hier breiter als der Türsteher. Ich hoffe, er hätte ich ihm gehen, ich hoffe, er hätte ich ihm gehen. Ja, 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 ja. Gutes, ja. Ja, 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 ja. Halt, du hast Deliverance nicht mitgehabt? Nee, sorry. Ich dachte, du hast Deliverance, deswegen haben wir ja das gerade so gespielt. Hätten wir mal 99%-Tore gehabt, dann wären wir alle raus gewesen. Offene Tore töten. Ja, genau, ja. Mhm, mhm, mhm. Wenn andere Leute das zum Beispiel machen, ist das nie richtig. Ja, die waren entweder zu dünn oder lassen die Ecken zu weit frei. Ja, das war falsch. Ja, das war falsch, ja. Bei was denn? Geht's grad einen Toast beschmieren, oder? Ja. Das muss man auch können. Das stimmt, das stimmt. So lange nicht mehr auf Arzt noch aufs Arschritze gespielt. Ja, kennt ihr das? Okay, wenn ihr, okay, warte, warte, wichtig, wichtig. Wenn ihr euren Toast mit Nutella beschreift. Wir fangen mal direkt mit dem Dingens an jetzt erstmal. Haunted. Drei, zwei, eins. Ist Pic. Wo ist die Pic? Ja, das kann ich dir doch nicht sagen, aber es ist ne Pic. Bei mir, ich bin tot, scheiße. Ja, frisst deine eigene Minis. Als, 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 ich hatte gedacht, als Farb gesagt, ist es ein Pic, dass er den Killer gesehen hat und nicht die Box. Das hat auch Klör gesagt, deswegen solltest du da nicht drauf hören. Also das hat Patrick gesagt. Ja, Patrick hat das gesagt. Kannst du mich bitte auch sagen? Ich hab, ich hab gesagt, dass der erste Pic ist. Wieso, sollte man da nicht drauf hören? Also ich kenne drei Perks für euch. Soll ich euch verraten? Ne, mach mal nicht. Ich will mich gerne überraschen lassen. Drei Perks kenne ich. Nur durch einen Trick. Das Schwein rennt da hinten, da wo Christopher gerade eben noch war, rennt jetzt Richtung Patrick und zu mir. Ist es bei mir? Ja, okay, ne Moment. Hat dann umgedreht. Kann jemand Daniel abhängen gehen? Ja, das Ding ist, es kann mich halt töten immer noch, ne? Weil Darluk hat sich dafür entschieden hat, diese komische Ding da wegzumachen. Du hättest dich ja auch entscheiden können, nicht in die Map-Ecke zu laufen, wo nichts ist. Wo hast du das Tote mitgemacht? In der LT-Wall? Ne, genau hinter der wir sind. Oh, es ist jetzt abgelaufen. Ich hatte dein Leben. Da, an dem weißen Ding. Warum? Okay. Guck mal, aber ich finde das echt super, dass sie meine, also mir keine Falle aufgesetzt hat. Weißt du? Ich habe mir eine Taschenampeile hingelegt, die könnt ihr euch gerne mal kurz aufheben. An der Z-Wall hier bei mir. Mhm, mhm. Warum hat er dir denn keine Falle gegeben? Weil wir Freunde sind. Ah, okay. Ich habe verkackt. Weil wir Freunde sind. Wer isst Nutella mit Butter ist natürlich auch eine gute Frage. Jeder mit ein bisschen Geschmack. Wirklich. Ja, ja schon. Ich esse halt einfach keine Nutella. Oh, du bist ja so viel cooler als wir. Oh Gott, das ist nicht special. Kannst du vielleicht anhucken gehen? Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Mehrkosten bei deinem Nutella ohne alles. Okay, warum nicht? Mein Medikit reicht wegen Franklins nicht mehr. Und ich kann nicht abhängen gehen. Warum denn hier Franklins? Der meiste ist nicht gecallt. Ich hatte euch gefragt, ob ich euch gecallt habe. Ich kann nicht abhängen. Ich kann nicht abhängen. Ich kann nicht abhängen. Du hättest ja ja sagen können. Floppy, Franklins und Haunted Grounds. Die campt in der Umgebung. Also das ist echt. Kann da leider nicht hin. Abo, trade dich mal. Die geht auch wieder zurück. Äh, Passivabay nicht. Komm zu mir. Ich bin halt down. Ja, ich geh in der Phase 2. Ich versuch's bei. Äh, joh! Danke dir. Es hat funktioniert. Es ist schon kurz zum Ballgegen. Das ist schon kurz zum Ballgegen. So kurz zum Ballgegen. So kurz zum Ballgegen. Okay, das ist bitter, das ist bitter. Ich geh mal ganz auf die andere Seite. Habe versucht auch mal hin zu kommen. Hilf mir, Claire! Hier gehts noch gut. Das ist jetzt aus hier. Hat die Sloppy? Ja. Franklinsloppy haunted. sie gehen einfach auf mich obwohl da nur am arsch ist geht sie auch mit meiner präsenz die hat dich als einfacheres ziel gesehen werde gerade fallen durchsucht naja jetzt geht sie wieder auf mich weil sie aber weiß ich bin zu gut und das aber für den jen er geht durch durch das gesehen das hat das hat dracarys der gelehrte wunderbar ich war also generell alles von kinder ist grundsätzlich echt schon mal wirklich man kann sagen dass irgendwas von den geil ist weil sie einfach kinder also ich muss sagen kinder country ist er so an der an der unteren unter am unteren sortiment bereich ich bin ja so schlecht da geworden ich finde kinder kann viel geiler als maxi king ja ist es nicht mehr so geil da ist nichts mehr drin ist es verändert wir schon aber schon vor langer zeit es wurde ja alles vor ewigkeiten geändert also nutella haben wir ja auch ja erst im grund haben die nutella flüssiger gemacht irgendwie diese neue rezeptur macht es flüssiger und ist nicht mehr so krämisch ist nicht mehr hinter dir klar ist nicht mehr hinter tatsächlich kann ich das bestätigen ja sie ist nicht mehr hinter mir mein dickes medkit wird jetzt gleich aus der hand geballert hat denkst du der gender vorne ist noch bei 70 daneben ich kann nicht aber da kommt ja kinder bueno ist doch das hier ist kinder das happy hippo gewesen ne 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 ist dieses italienische das ist diese diese aber auch dieser riegel mit den einzigen einzelnen dickeren stücken als glaube ich ja das meine ja das ist genau genau das ist so so basically in die richtung da ist ja gar nichts mehr drin in dem das stilten nur luft und liebe luft und liebe so der gen hier direkt dahinter ist relativ weit ich fange mal an dann an also hier rechts hinter dem was muss ich habe bei euch stück einfach euch während ihr so redet ich mache sie einfach komplett fertig ich gehe davon aus dass natürlich habe ich ihn zu erklärt was passiert eigentlich bei sieben wenn du gerade eine falle aufgesetzt bekommst und dann bin ich full life und tot an welchem gen bist du von den beiden paar pro hügel wir machen so in t-20 ich habe hier ein brennendes totem ja das ist das nicht hinter direkt hinter da luft steht es sich gar nicht gerade kann das brennen direkt hinter ihm das ist äh heck search ja heck search da kommt einfach auf warum höllt ihr ihn aus mache weiter ich bleibe wir sitzen bei mir wird gerade geschrieben ich finde es immer noch krass dass kleine kinderriegel anders schmecken als große ist das nicht bei voll vielen so also bei bei super vielen dingern eine kleine mitgefahrt von schokolade kostet ganz anders als eine große jetzt wo man sagt stimmt wenn ich kann warum macht ihr mal mit den jennern hatte ich hatte vor einer minute einen 50er eingezogen hast du vogel ach so ja dann müsst ihr mal sagen wo ihr den gen macht habe ich dir gesagt dass das ungünstige ist direkt daneben neben dem hügel haben wir gesagt nicht direkt der hat irgendeiner neben dem hügel ach so weiß ja nicht noch einen anderen hügel auf der anderen seite der web gibt wo auch ein gen ist also ich habe zu ich habe zu ich habe zu gamer hat geht gleich los in drei zwei eins ich habe extra da mich rein und wo bist du sprint warum heißt du dich du hast doch sie macht den gen der ist auf der anderen seite der map und da wurde jemand gedauert denkst du ernst nach diesen gen schafft doch irgendeiner fällig ne wir brauchen einen neuen gen ja richtig und den mache ich jetzt auf der anderen seite am hügel denn er hat die andere leiter hat genau wie hier eine hügel so ich bin dran dauert ein bisschen naja ich bin da und außer papo und party komm jetzt her ja ich bin noch hier ich bin noch hier naja das ist mein ende ja alle einen gen gemacht ja ich bin ja ich bin papo papo anrufen papo sagt k ich gehe jetzt im abhocken so ich sage dir sei nicht mal ja egal sie hocken mich alles gut alles gut alles gut jetzt achtung jetzt lauf 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 sie kommt sie kommt sie kommt lauf 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 hängen direkt ab und einfach weg da wirklich seit und klark an mich holen haben sie jetzt zu dritt einen gen gemacht oder wie wir haben wir doch was hat denn dann einer gemacht ja ich weißt du mal warum aber darum geht es gerade nicht angriffen das kompliment by the way aber es geht gerade darum habt ihr zu dritt den letzten mann gibt es nicht mehr so tschüss jetzt hoffentlich gleichbereit das kann ich dir anhand des hats sagen nö warum ist denn keiner an dem gen weil die beiden mich aufgehoben haben und ich jetzt direkt bin jetzt ist meine falle los sag mal wenn du nicht mehr gechased wirst papo wird er noch aber sie ist auf der anderen mapseite ich gehe jetzt wieder zu dem jennerz weiter ich mache nämlich den jennerz weiter ja ja komm mit hin was heißt sie ist auf der anderen mapseite ne bei der kleinen hütte da beim main building also nicht ja ist das main building ist das main building das ist das main building oh ich bin gegen die ecke gerannt papo drück shift durch du gehst einfach zu mann ne ok papo dann sagt doch wenigstens dass du down gehst jetzt hat die wieder eruption da du musst hier hin kommen diesen gen weitermachen red nicht bin auf der anderen seite ey also wirklich gegen keine ss sag doch wenigstens dass du down gehst ja pass ich mach schon mal schön deine falle ist ähm ne sie ist wieder hier sie ist wieder hier sie ist wieder hier sie ist wieder hier ich mach den gen jetzt hier bevor der explodiert ok ok mach mal hier ist klar geht hoch heilen ja ne ich bin im chase dann geht party hoch heilen wo liegst du naja dann geh ich hoch heilen ich komm ja du machst deinen gen weiter Dracarys Dracarys ja nicht mal anlesen kann er aber chasen immerhin daran ist er gar nicht schlecht das muss ich zugeben wenn du down gehst krieg ich die eruption ne ich geh nicht down und die eruption hat sie schon getriggert nein der hat ja gegen getriggert das gerade eben wo bist du Dalu sie geht wieder zu dem Jam aber sie weiß nicht dass wir bereits einen zweiten im Ofen haben 3 2 1 sü 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 papo deine falle ja ich versuch die los zu werden keine Sorge ja wir geben alles um dich zu beschützen und ich bin im chase Freunde ich hab sie mir wieder mitgenommen bist du sicher? ich hör sie nämlich grad ganz los ja die Ausrede sind ja bei der main building die is nuts die is nuts gut ich kann diese Falle jetzt nicht hier nutzen mhm 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 oh sie wird mich jetzt chasen bis ich tot bin jo ja dann müssen wir die Hedge aufmachen yes okay raus die wäre da einfach raus einfach raus tschüss warte ich komm raus warte mal meine Falle ist gar nicht aktiviert oder? ah doch nur wenn du im chase bist ist sie nicht aktiv pass mal gehst du raus oder? ja ich bin auf dem Weg wir haben den Jett echt nicht mehr fertig willkommen ist einfach jedes Mal bei 99 und tschüss achso okay aber wenn einer vom ersten Jett ah ok korrupte Intervention ist aber eine neue Röntrös ist aber eine neue Röntrös mhm das ist eine Röntrös mit äh Amanitatoxin ich sehe nichts mehr ich bin blind ich mache ein Generateur auf dem Stück oh da Papa hab er mich umgebracht bin ich doch gar nicht ja der Name auf TikTok ist Claire official oder so ja aber Jacky ist doch ey ich hab boh ich mach jetzt ein TikTok mal gucken wie aktiv der das macht okay er hebt mich direkt auf alles klar wer hängt anruf yes ich geh anruf ja unsere Generateurs auf dem Stück werden unterbrochen ja ich kann es weiter machen wenn wir sonst mit Meiner ist bei 85 das war ultra close ne die wär fast geblinde ey ich muss mich bein mach mal bein wir sind irgendwie fertig war irgendwie eine Viertel Sekunde oder sowas zu zu spät hier ist nix in der Mitte aber was da hab ich angefangen zu chase deswegen hab ich direkt den ersten den bekommen zum Beispiel konnte ich mit ne Axten daher pfeffern 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 die Pfefferkörner absichtlich daneben geworfen und meinen Dead Hearts na gut sie hätte gelassen naja ich fertige nun Dallus Generator an danach mich einfach geschlagen Dallus Generator ist angefertigt angefertigt? angefertigt komm also fertig und an man kann mich aufheben das wäre sogar sehr geil dann krieg ich noch komm mal komm mal komm mal ko mach nochmal mitomma mach nochmal mach nochmal die den Sam Song nochmal die dem Sam Song die den Sam Song nochmal die hat keine Äxte mehr die hat keine Äxte ich wiederhole sie hat keine Äxte Sie pickt mich, sie pickt mich. Pick me, pick me, Huntress, please. Sag mal, wann du hängst, bitte? Hä? Warte mal, du liegst noch. Sie lädt jetzt nach, sie lädt jetzt nach. Hat sie sich lädt nach? Sie lädt nach. Ich seh dich leider nicht, ich bin blinded. Fahnt sie! Achso. Was ist passiert? Ich werde am Boden verletzt von meinem Team. Komm doch mal aufheben, Clöösen. Ich komme. Clöö, renn mal dahin, komm. Ich habe, ich habe, ich habe. Hier kommt jetzt, hier kommt jetzt, hier kommt. Nein, immer noch nicht. Der hat anscheinend einen absoluten Superwall-Hack. Jetzt nochmal, Parzi, jetzt du mir, Parzi. Ich kann doch nichts machen. Du musst aufgehoben werden. Sie fängt wieder an, sie fängt wieder an, Parzi. Ich sehe doch nichts, weil du Scheiß hast. Mach mal auf, jetzt. Auf ihren Kack-Exten, ich sehe nichts. Die hat Parzi, Parzi gedodged. Ich brauche auch einen Apo. Apo, papo, papo, let's go. Oh, ich habe gedodged. Komm, irgendeiner wird ja wohl was schaffen. Jetzt mich, jetzt mich. Man nennt mich auch den wandelnden Süd. Ich bin wieder down, ich brauche wieder ein Pick-up. Leute, ihr müsst mich aufheben. Siehst du bei mir, siehst du bei mir? Ich liege in der Palette. Du liegst nicht in der Palette, sehe ich. Wie man ansatzweise in der Palette. Jetzt bin ich in der Palette. Diese Map kannst du aber auch löschen. Die ganze Mitte ist nichts. Dark and Darker, das Spiel ist jahre schon bis dato. Guter Armwärter. Okay, ich bin weg. Danke dir. Scheiß. Neben der kleinen Hexenhütte, 40%. Hier im Hügel ist auch noch einer. Auf der rechten Seite. Und hier auf der rechten Seite können sie sehen, wie der letzte Ten handelt. Okay, Parsi, aber du kannst, glaube ich, auch hören. Ja, ich zieh mal lieber durch. So, bist du bereit für Süd? Bist du bereit für Süd? Für Sek. Ja, aber lass uns diesmal warten. Lass uns mal einen Play damit machen. Und nicht diesmal wieder exploden lassen. Danke. Wisst ihr, Freunde, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Aber diesmal haben wir Adrien already. Ich habe Adrien, ich habe Adrien, ich habe Adrien. Ich komme zu euch, wir kommen zu euch. Du bleibst hier, Dalu. Ja, sie kommt, sie wirft sie, wirft sie, wirft sie zielen schon, Papo. Hä? Hast du das nicht gehört? Nein. Okay. Okay, Freunde, jetzt könnte ich gleich Züge brauchen. Nein, das Züge brauchen wir für mich. Fick die, Parsi. Ja, wir brauchen das Züge. Okay, du gehst hin, Papo. Okay, ich begin dodge, ich begin dodge. Sie wählen mich sowas von. In dem Moment, in dem Papo verletzt, wir können einfach hingehen. Nein, 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 nein. Parsi, weil du hast keine Macht über diesen Befehl. Diesen Befehl kann nur ein Administrator ausführen. Züge bitte, bitte, bitte. Okay. Bitte einmal Züge. 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 No way out, wir sind tot. Okay, ne, I do Parsi mal. Die spielt bestimmt nöt. No way nerd. Alter, ich kriege einen Herzinfarkt hier. Er hat einen Tabuster. Oha. Als würde er den Motor starten wollen. Du hast No way out schon mitbekommen, oder, Parsi? Ich bin ganz weit weg von ihr, alles gut. Ich habe sie jetzt genommen, glaube ich. Sie hat nachgeladen am Steak. Am Steak? Ja, am Steak. Ui, 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 da kam eine Axt Richtung Steak geflogen. Ich glaube, sie will mich. Mal schauen. Ja, sie will mich. Geh Richtung Main Building wieder. Ich hoffe, da macht jemand auf. Ist immer noch No way out, ne? Ja, ja, gleich meine ich da. Ganz ruhig. Aber ist jemand am Main Building? Ja, bestimmt. Will mich da jemand heilen? Aha, ich sehe doch da den Sherlock-Card an der Tür. Ja. Ja, der hat verkauft dich jetzt. Ich mache, ich mache Check auf. Open the Check. Aber hier sind ja gar keine... Du hast da auch nichts. Du brauchst dich, sie ist 3% stelle als du. Ich bin down. Na gut. Will ich nach. Ähm, ja, ja. Das Problem war, ich glaube, sie kann schneller werfen. Also sie hat gerade ihre Akku. So, hör zu, Kinder des Thanos. Mehr Half-Life ist, geht Richtung Check-Ausgang. Ich bin schon... Ich bin safe. Ich bin safe. Das ist gut. Ja, ich nicht. Ich liege am Boden, ne? Ja, dann recover. Ich mache hier gerade ein bisschen Juki-Muki. Lässt nicht mehr. Sie wirft auf dich, Papa. Ich take. Wo ist Pay-Po? Weil Pay-Po ist wahrscheinlich nicht durchgezogen. Komm einfach zum Main Building, wenn du sonst kein Problem hast. Ja, ich komme zum Main Building. Oh, warte mal. Ich glaube, ich höre sie gerade hinter mir. Open the gates. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich höre die ganze Zeit Terror-Radios von mir. Also ich kann sagen, beim Check ist sie nicht. Ah, sie sind ja wir. Sammon-Walken. Ich komme. Aber auf dem Check. Ja, dann heilt euch. Ich bin nicht voll. Ich bin bei 99,9999. Bin blind immer noch. Ich bin blind. Komm mal bitte hierher. Ich brauche mal einen. Ja, ich bin gar nicht gechased. Nein, egal. Ich sehe es. Nein, egal. Ich sehe es. Nein, 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 danke. Ich bin blind, nicht taub. Also wir gehen zum Ausgang, Freunde. Wer Half-Levels rennt vorher schon mal los. Let's go. Sie hat nicht mehr viele Ängste. Oh. Das ist perfekt. So, Michaela. Du gehst jetzt Richtung. Nein, links. Sie ist die Hütte hochgegangen und geht weinen. Sie steht da oben. Ja eben, dass sie soll ja links lang gehen. Wenn er rechts lang wäre, er wieder reingelaufen in sie. Kommt bestimmt eine Axt von hinten in meinem Rücken. Oh, ja. Nee, wir haben so ein bisschen so ein heftiges Miet-Shit. Wir haben jetzt nervt, doch nicht. Oh, ja. Blutzaun, nöte. Okay, wir sind am Arsch. Wir wurden getrickt. Wir wurden einfach getrickt. Oh mein Gott, wir sind für sich. Wir wurden so farg. Einer muss daumen gehen. 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 Einer muss daumen. Ernst gemeint. Snell. Ernst gemeint sein. Ich bin's nicht. Das ist wirklich ernst gemeint. Ich sehe sie nur nicht. Außer Platzwort läuft jetzt doch noch random ab. Komm schon, Lattwon noch ab. Ja, wenn einer dauernd ist, dann ist er nicht überlebt, ne? Ja, Lattwon ist genau, also wirklich auf, die Sekunde ist Lattwon jetzt vorbei. Dalu wäre fast rausgekommen, weil er als letztes aufgespießt wurde. Ja, ich wurde wieder als letztes erwischt. Ja, aber vor allen Dingen ist es genau in der Sekunde ausgegangen. Also wirklich, Dalu konnte sogar noch einen halben Zentimeter gerade nach vorne gehen, bevor er getötet wurde. Er wäre fast rausgekommen. Also, guck mal. Einer hätte dich dauernd lassen müssen. Ja, in anderen SWFs, weißt du, die Handlösung war auch noch dämlich genug und hat versucht, jemanden zu down. Und in anderen SWFs, in anderen SWFs hätten die das gemacht für ihr Team. Wäre irgendeiner downgegangen, dann wäre ein Dreier gekommen. Aber ihr, ihr seid keine SWF. In meinen Eiern.